Liebe Zuschauer, der Frieden des Herrn sei mit euch allen. Schalom. Ja, wir hatten vor einigen Monaten ja diesen UN-Gipfel, wo die Nachhaltigkeitsziele 2030 nochmal bekräftigt wurden. Und ja, die Vermutung lag nahe, dass es ein Vertrag für sieben Jahre ist. Und das ist uns bekannt aus Daniel, Kapitel 9, Vers 27. Er, der Antichrist, der Sohn des Verderben, wird einen Vertrag machen mit vielen für sieben Jahre. Nun, und ja, wir Christen schauen natürlich, warten nicht auf den Antichristen, aber es soll uns eben eine Warnung sein, eben auch für alle. Ja, und wir sollen auch warnen, ja, möglicherweise kommt jetzt tatsächlich irgendwie ein Sieben-Jahres-Vertrag. Ja, und das bedeutet dann eben die große Trübsal, die große Drangsal für Jakob. Ja, 69 Jahrwochen sind vergangen, also 69 mal sieben Jahre, als Jesus Christus am Kreuz starb. Ja, und danach gab es eine lange Zeit der Gnade, fast 2000 Jahre. Aber bis ans Ende der Zeit, was wir noch nicht erlebt haben, soll es noch eine siebte Jahrwoche geben nach Daniel 9, 27. Und das wird eben, dieser Antichrist, der Sohn des Verderbens, wird das unterschreiben mit den vielen. Nun haben wir das zum UNO-Gipfel nicht gesehen und das Jahr 2023 geht zu Ende. Aber wir haben jetzt am 12. Dezember, bis zum 12. Dezember geht der Klimagipfel COP28 in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. Und auch hier sollen noch Verträge wieder unterschrieben werden für sieben Jahre bis 2030. Bis zu 70.000 Menschen werden sich dort versammeln in diesen Tagen. Ja, und dann habe ich noch eine andere Story und zwar, vielleicht kennt es der eine oder andere, 1995 wurde ein Kartenspiel, ja wie ein Tarot-Kartenspiel entwickelt, nämlich das Spiel Illuminati von Steve Jackson. Er selber, wie er sagte, Atheist war, aber seltsame Karten wurden dort entworfen und viele Dinge sind im Voraus schon auf diesen Karten festgehalten worden, zum Beispiel 9-11 und solche Sachen. Ja, also auf diesem Illuminatenspiel gibt es tatsächlich eine Karte mit der Entrückung, ja. Und das können wir uns gleich mal anschauen. Ja, also jetzt der Beitrag zum GOP28 und zu den Illuminatenkarten und einiges über UFOs. Der Klimagipfel 2023 ist also eröffnet am Ende dieses Jahres 2023. COP28, Dubai, Vereinigte Arabischen Emiraten, also voll in der Wüste. Ja, und man stelle sich vor, zu dieser Zeit wäre das Ganze in Norwegen, auf Island oder in Nordkanada, hätte das stattgefunden. Ja, die Stimmung wegen der Erderwärmung wäre wahrscheinlich ganz anders als jetzt dort mitten in der Wüste. Ja, also das Ding ist jetzt eröffnet. Schauen wir mal, ob es noch einen Vertrag gibt für sieben Jahre. Die Ziele sind gesteckt, ja, für 2030 von der UNO. Die Sustainable Development Goals, beziehungsweise natürlich auch vom World Economic Forum, Klaus Schwab. Ja, wir schauen mal auf die Webseite, ja, und da ist so ein Bild schon hier zu sehen, ja, wo man sich denkt, das kommt mir ein bisschen vor wie Worshipping, also wie Anbetung, ja, eines Klimagottes. Ja, wir sehen hier vier Frauen im Vordergrund, vier Männer im Hintergrund. Hm, ich denke da so an Noah, ja, dass die Sintflut haben ja acht Menschen überlebt. Noah, seine Frau, seine drei Söhne und auch deren drei Frauen. Ja, und ja, wer weiß, ob es was damit zu tun hat. Das Ganze irgendwo, ja, weiß ich nicht, Ägypten oder so. Auf jeden Fall Antik. Sehr auffällig, gut. Gut, dann haben wir hier auch von der Webseite, ja, eine Vorankündigung, hier Proud Host, also Stolz, ja, präsentiert man in den Vereinigten Emiraten eben diese Klimakonferenz zusammen mit dem UNFCCC, also mit dem UN, ja, Klimarat, ja, auffällig auch hier. Die Bäume wurden ersetzt durch Solaranlagen, also es ist eine tolle Zukunft, die da auf uns zukommt. Ja, es geht ja um diesen Vertrag mit vielen, er, ja, er, der Antichrist, der Sohn des Verderben, das lesen wir eben schon in Daniel 9, 27 und da wird ja wirklich damals schon vor 2700 Jahren hat Daniel also gesehen, dass es am Ende der Zeit, ja, also am Ende dieser, dieses, ja, dieses Äon heißt es auf Griechisch, dieser Weltzeit eben einen Vertrag geben wird, ja, dass der Antichrist kommt, dass der Sohn des Verderbens kommt und mit vielen einen Bund macht für sieben Jahre, ja, es wurde hier gesprochen von one week, also von einer Woche, gemeint ist natürlich sieben Jahre. Die 69 Jahre, oh ja, die sind schon erfüllt, ja, die 69. Jahrwoche in Jesus Christus Kreuzigung, ja, danach kam eben eine fast 2000-jährige Pause, ja, in der eben jetzt zu den Heiden gegangen worden ist und ja, das ist die Gnadenszeit und diese Drangsal Jakobs, diese sieben Jahre werden dann eben eingeleitet, ja. Gut, die, ich sag mal, Propaganda in letzter Zeit ist ja auch immer weiter aufgekocht, was das Klima angeht, ja, man befürchtet eben, dass die Erde sich erhitzt und erwärmt. Weiter kann ich dazu nichts sagen hier, aber gut, gehen wir weiter. Ja, interessanterweise vor wenigen Tagen gab es sogar noch eine historische Überschwemmung in Dubai, ja, alles voll Wasser, wie wir hier sehen. Ja, also, kommen wir jetzt mal zu König Charles, ja, auch er wird die COP28 eröffnen, also diese Klimakonferenz, er hat es schon getan, so wie er es hier zum Beispiel COP26 in Glasgow eröffnet hat. Und ja, das war heute am 1. Dezember, wo ich das hier aufnehme, da ist schon die Eröffnungsrede von König Charles in Dubai. Und dazu muss man sagen, dass er davon gesprochen hat, eben, dass die Erde uns nicht gehört, sondern wir gehören der Erde, ja. Und wenn wir in der Bibel lesen, macht euch die Erde untertan, so heißt es in Genesis ganz am Anfang, ja, und nicht macht euch der Erde untertan. Also, der Teufel verdreht hier alles. Ja, ähm, Franziskus, äh, Papst Franziskus sollte eigentlich auch miteröffnen als zweiter Redner, hat aber gesundheitsbedingt abgesagt oder krankheitsbedingt abgesagt, kurz vor dem Event. Ja, hier mal ein Auszug aus dem, ähm, ja, aus dem Plädoyer hier für, für diese Veranstaltung. Punkt 18 heißt es. Vor, äh, ja, ich glaube, das war im Sommer schon, ähm, hat er Kinder empfangen, 7.000 Kinder hat er empfangen bei sich im Vatikan und hat zu einer Fragerunde eingeladen. Also, das war hier im November, ich glaube, am 6. November war das hier. Ja, und hier sehen wir, dass eben kurzfristig, ähm, der Papst abgesagt hat für die Veranstaltung in Dubai. Okay, okay, aus Krankheitsgründen. Ja, hier sehen wir mal ein Bild, ja, dieses Empfangs der 7.000 Kinder in dieser Audienzhalle des Papstes im Vatikan. Und das ist schon eine etwas spezielle Halle. Hier sehen wir zum Beispiel ein Fenster und wenn wir das mal aus einer anderen Perspektive sehen, ähnelt das Ganze doch schon einer, einem Schlangenkopf, ja, hier die Augen, ja, und hier wie das alles so zusammenläuft. Und dann hier der Mund mit den beiden Stößen, also mit den Zähnen hier, ja, also schon sehr eigenartig, auch hinter dem Stuhl hier des Papstes ein sehr seltsames, äh, eine Skulptur, ein, ein Bild, ähm, ja, das soll wohl Jesus darstellen hier mit einer explodierenden Welt, also sehr, sehr gruselig eigentlich, ja. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Also hier sehen wir das nochmal, ähm, ja, die Kinder dürfen fragen den Papst und, ja, die Fragen waren natürlich ausgesucht, aber es geht eben um Natur, ja, Natur ist unsere Zukunft und, ähm, ja, die Kinder fragen, können Kinder die Erde retten, ja, und der Papst sagte, ja, denn ihr seid einfach und simpel und ihr versteht, wenn wir die Erde zerstören, zerstören wir uns selber, ja. Wir müssen die Erde bewahren, ja, also die Schöpfung, die Erde wird hier im Mittelpunkt gestellt, vom Papst, er müsste es natürlich eigentlich anders wissen, nun ja. Ja, das erinnert mich so ein wenig an Matthäus 10, 21, dort heißt es, ja, es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und ein Vater sein Kind und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen, ja, und wenn wir uns das manchmal so anschauen, die Friday for Future Kids, äh, weltweit, ja, also nicht nur in Deutschland, ja, sehr, sehr junge Leute, äh, Schüler, ja, die eben also blau machen, frei machen, freitags, alles unterstützt durch die Politik, ja. Ja, und auch im Jesaja, der Prophet im Alten Testament sagt da auch was ganz Interessantes zu, Jesaja Kapitel 3, Verse 4, 5 und 12, hier heißt es, Ja, wir sehen also weltweit auch eine hohe, Berate inzwischen von, ähm, Damen oder Frauen, die eben Regieren, Regierungschefin sind und so weiter, in Deutschland, das kennen wir ja auch noch gut, mit Frau Merkel, ja, alles schon vorhergesagt. Da gab es ja mal einen Song, ja, Kinder an die Macht, ob das so gut ist, ich glaube eher nicht. Ja, also das mit diesem Klimagipfeln, das hat schon sehr früh angefangen, hier zum Beispiel haben wir Prince Charles of Wales, damals 2009, ja, 15. Dezember, und hier hatten wir schon eine Konferenz in Kopenhagen, Dänemark und das war schon die 15. Konferenz, ja, deshalb COP 15, aber das Ganze fand schon 2009 statt, ja, und ja, jedes Mal oder häufig hat eben, ähm, Prince Charles, also heute King Charles, ähm, diese Veranstaltung eröffnet, ja, Ja, und dann kam eben das Abkommen, das Pariser Klimaabkommen 2015, ja, und Auch da, Madame Merkel dabei, ja, Ja, und, äh, König Charles, oder Prince Charles damals, heute, König, äh, Charles hat halt, ähm, immer, war mit dabei bei der ganzen Sache, das wollen wir uns auch gleich noch näher anschauen, ja, mit den ganzen, ähm, Filmchen, die sie dazu gedreht haben, ja, und, ja, wenn wir uns das heute anschauen, COP 28 im Jahre 2023, Hier auf der, ich glaube, ähm, auf der Twitter-Seite, ja, was haben wir hier, ja, also, hier geht's nochmal um diesen Sieben-Jahres-Zyklus, der jetzt noch folgen wird, ja, das ist nochmal ganz wichtig, hier darauf hinzuweisen, es ist, es wird noch einmal etwas unterschrieben jetzt für sieben Jahre. Ja, hier sehen wir auch nochmal, ähm, Bilder von der Eröffnungsrede. Ja, das ist hier einer, ein Minister, glaube ich, von den Vereinigten Arabischen Emiraten, und was mir dazu auffällt im Hintergrund, das ist die Flagge der Vereinigten Arabischen Emirate, und ich denke so, Mensch, die Farben, die kenne ich doch, und, ja, das sind doch die Farben der Pferde, der Reiter der vier apokalyptischen Pferde aus Offenbarung Kapitel 6, ja. Wir haben hier weiß, ja, dann rot, dann schwarz und grün, ja. Hier nochmal, sehen wir die Flagge. Also, nach Offenbarung 6 ist es eben erst das weiße Pferd, dann das rote Pferd, dann das schwarze Pferd und dann das grüne Pferd. Übrigens das Gleiche hier bei der Flagge des nicht existenten Staates Palästina ebenfalls, ne. Ja, sieben Jahre, 70 Mandate, und dazu gehört zum Beispiel auch die 15 Minuten Stadt, ja, wo wir eben quasi eingesperrt werden, einen Radius von 15 Minuten eben ablaufen dürfen oder mit Lastenfahrrad eben, äh, dann, ähm, halt, äh, ja. Es geht eben um Kontrolle, ja, jeder Aspekt unseres Lebens soll kontrolliert werden und, äh, es droht natürlich dann auch ein Autoverbot, ganz klar, warum braucht man ja dann nicht mehr, ja, so soll das dann aussehen wie bei den Amisch, ja. Ja, und dann gibt es noch einen Vertrag zwischen Großbritannien, ja, UK und, äh, Israel, und da haben wir auch was Interessantes. So, das ist ein Vertrag, der wurde unterzeichnet am 21. März, äh, 2023 dieses Jahr, tritt aber in Kraft tatsächlich erst am 12. Dezember 2023, und hier mal so ein Überblick der Bestandteile, ja, dieses siebenjährigen, ne, auch wieder siebenjährigen, ähm, dieser, dieses Vertrages, ne, Partnerschaft, natürlich, ja, geht um Antisemitismus, so eine Bekämpfung, ja, und, äh, Verteidigung und Sicherheit. Und Handel und Investment, Cyber Security, ja, und, äh, Wissenschaft, Innovation und Technologie, Austausch, ja, und natürlich Klima, ganz wichtig, auch wichtig, natürlich Gesundheit, das heißt natürlich, ihr wisst schon, diese Spritzen und so, ne, wenn wieder die Pandemien kommen, ja, also wir lesen zwischen den, zwischen den Zeilen, ne, ja, und Kultur haben wir auch noch, und eben Bildung. Und Entwicklung. Was haben wir noch? Ach ja, das ist auch ganz wichtig, natürlich Gendergleichheit, ja, ihr wisst schon, ne, dieses Thema mit dem Regenbogen und so. Ja, ja, und, ähm, wie gesagt, in Kraft tritt der am 12. Dezember 2023 eben genau der Tag, an dem der Klimagipfel dann zu Ende geht, ja, in Dubai und dort da nochmal ein Vertrag unterschrieben wird. Also, wir haben nicht nur einen Vertrag mit den vielen, also mit der UN, also weltweit, sondern einen speziellen siebenjährigen Vertrag auch nochmal zwischen dem Königreich Großbritannien und Israel, ja, und, ja, unter dem König Charles, ja, König Charles. Und es gibt ja Leute, die sagen, hm, ist das vielleicht der Antichrist? Also, wir haben natürlich schon eine Auswahl an Antichristen, ja, und die Bibel schreibt ja auch, am Ende der Zeit kommen viele Antichristen, aber wer ist der Antichrist? Ja, wir warten natürlich als Christen nicht auf den Antichristen, ja, sondern wir warten natürlich auf Jesus Christus, dass wir in die Wolken entrückt werden. So, aber jetzt mal zu einem sehr skurrilen, ähm, Ding und zwar das Illuminati-Spiel, ja, ein, äh, ein Spiel von 1995, was eine ganze Menge wichtiger Weltereignisse vorausgesagt hat, ja. Zum Beispiel 9-11, also 2001, ja, wurden auf diesem, ja, das sind so ein Kartenspiel eben, äh, da gab es schon diese Karte, ja, 9-11 oder zum Beispiel hier Epidemien, ja, hier mit der Mund, mit dem Mund-Nasen-Schutz, ja, mit der Maske, ja, Charismatic Leader, wahrscheinlich auch schon Trump vorausgesagt, ja. Ja, und jetzt, es gibt tatsächlich die Entrückung auf diesem Illuminaten-Game, ja, wenn wir hier mal gucken, und zwar ist das Tape Runs Out, ja, das Band geht zu Ende, und da steht doch tatsächlich, when the rapture comes, also, wenn die Entrückung kommt. Und irgendwie muss diese Entrückung, ja, vieler, vieler Menschen im Nu sozusagen, ja, auch erklärt werden, für die, die zurückbleiben, und da, das wird natürlich auch schon vorbereitet durch den Teufel. Ja, und hier haben wir auch wieder König Charles, der sich ja schon seit auch Jahrzehnten für diese ganzen Alien-Geschichten und UFO-Geschichten auch interessiert und natürlich sehr viel Einfluss hat, ja. Ja, also hier, äh, wird King Charles aufgerufen, doch bitte die, die Geheimnisse der Aliens und der UFOs preiszugeben. Ja, äh, König Charles übt Druck auf die Regierung in Bezug auf UFO-Existenz aus, hier einen Zeitungsartikel gibt, die Wahrheit bekannt, ja. Tja, wenn die Entrückung kommt, verschwinden die Leute, und dann wird es eben heißen, waren das die Aliens, ja, ist das eine mögliche, ähm, ja, Entschuldigung dafür. Ja, und, äh, in diesem Kartenspiel, Illuminati-Kartenspiel, kommt Prince Charles, also damals Prince Charles ja schon auch vor, hier zum Beispiel als, äh, ja, als unangreifbarer, ja, unangreifbar, dann haben wir hier, ja, ähm, den, eine Papstkarte, eine Vatikan-Karte, und ja, dieser Typ sieht so ein bisschen aus wie, ähm, Papst Franziskus, ja. Ja, und das Ganze könnte wirklich jetzt Richtung Alien, ähm, Adoption gehen, also Entführung, ja, Alien-Entführung, auch da gibt es ja ganz viele Geschichten, die habe ich mir da früher auch, äh, habe ich sehr viel zu gelesen vor meiner Bekehrung, da war ich auch ganz tief drin im UFO-Thema. Ja, und das kommt jetzt alles immer mehr an die Öffentlichkeit, ne, damals war das noch alles, ähm, verlacht und so, ja, aber heute kommt das im Mainstream, ja, und da wird eben ganz viel schon drüber berichtet. Ja, ja, auch, äh, Queen Elizabeth war schon interessiert, äh, an Aliens, ja, hier ein seltsames Bild, hier auch mit diesem Auge, ne, ja. Ja, ja, also wie gesagt, ähm, er wird jetzt darum gebeten, äh, König Charles, dass er doch mal einfach, äh, die direkte Hotline zu Präsident Sleepy Joe benutzen soll, ja, um eben, ja, die, diese, diese, dieses Disclosure eben, äh, anzuschieben, ja, also die, das, ähm, ähm, Ausrollen der Wahrheit über die UFOs, ja, und wie gesagt, wenn dieses Rapture kommt, wenn die Entrückung kommt, muss das erklärt werden für die Welt, die, ihr zurückbleibt, in die Drangsal geht. Ja, Klaus Schwab, er möchte ein, ein, ja, ein großen, ein großes Event, ja, er möchte etwas, äh, Einschlagendes sozusagen, ähm, was dann eben seine Agenda dann weiter forttreiben kann. Ja, ja, Aliens als Großereignis, ja, für eine wirkliche Änderung, ja, in der Welt, äh, das wollen sie, um uns dann eben, beziehungsweise die Zurückgebliebenen zu kontrollieren. Ja, wir sehen das auch immer, äh, an diesen, ähm, globalen, ähm, Notfall-Drills, also Übungen, ja, also hier, dass wir auf Handys, ähm, ähm, diese Notstartsmeldungen bekommen als Übung, ja, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit ist das, äh, ein Phänomen, da wird also dann schon, ja, man braucht irgendein Ereignis, was dann eben die ganze Menschheit, äh, verschweißen soll. Ja, das hat ja schon, ähm, Präsident Reagan damals 1990 gesagt, auf der UN-Versammlung, ja, wir brauchen einen außerirdischen Angriff, ja, um die, äh, Menschheit zu vereinen. Ja, interessanterweise gibt es jetzt auch, äh, einen Film, der startet am 1. Dezember, und, ähm, worum es hier geht, schauen wir mal. Wir schauen uns dazu kurz den Trailer an. What I noticed was that this thing could cantilever at 25-degree angle, and this is when I was seeing this, this ionic blue flame coming from the, the nether region of the craft. Ja, und dann, Prinz Philipp, ich schabte books zu Prinz Philipp, und er dankte mich für sie. So hier ist jemand, der kann auf die Telefonnummer sein und sagen, look, hier, was ist, was ist, was ist, was ist, ich will eine full, klassische Briefing, und ich bin sicher, dass er einen bekommen würde. Und, um, ich denke, Charles hat alle unsere Leben, das Nacht. Wir hatten eine große Bibliothek von Büchern und Büchern und, ja, eigentlich, eine Zeit, es wurde gezeigt, dass die König und Prinz Philipp ein Krop Circle Buch, ich glaube, es war eine von Colin Andrews' Buch, für ihre Sommerholidationen. Wir waren über das Thema, und er sagt, John, sind Sie religiös? Ich sage, ich bin ein Christian. Er sagt, nein, nein, das ist nicht was ich, er sagt, Er sagt, du, 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 du zust, und, du, 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 du weißt,er habe dich, und ich sage, nein, das so, ich fassen Sie mich, was ihr Ding, und er sagt, aber. Er sagt, du,! Du, 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 du 집. Ja, was wir jetzt eben zuletzt gehört haben, dass das Ganze, der Gute sagt hier, dass das Ganze eben dämonisch ist. Ja, richtig, weil wir wissen, eben Außerirdische sind nicht extraterrestrische, sondern tatsächlich interdimensionale Wesen, nämlich die gefallenen Engel. Also der Film jetzt von Christopher Lee, King of Ufos, jetzt in den Kinos am 1. Dezember. Ja, wir haben hier auch diesen Experten dabei, ja, auch aus Großbritannien. Und dann haben wir hier auch nochmal Zeitschriften, ja, wo dann nochmal ganz deutlich wird, ja, dass eben King Charles eben sehr interessiert ist in diese ganze UFO-Geschichte, ganze Königsfamilie. Ein faszinierender neuer Dokumentarfilm mit dem Titel Der König der Ufos wird am 1. Dezember 2024, das ist, glaube ich, falsch, das ist dieses Jahr, soweit ich weiß, auf Tooby und Amazon veröffentlicht, der einen Einblick in das Interesse der britischen Königsfamilie an dem Unerklärlichen bietet. Der Film bietet exklusiven Zugang zu archivierten Materialien und Interviews mit Zeugen, einschließlich einer Untersuchung einer angeblichen UFO-Landung auf Lord Mountbattons anwesen. Es wird auch die Faszination der verstorbenen Königin und Prinz Philipp mit Ufos und Kornkreisen erkunden. Also, sehr spannend, sicherlich auch. Also, dieser Film wird jetzt rauskommen am 1. Dezember. Nicht im Kino, wie ich gesagt habe, sondern eben auf Amazon und auf der anderen Plattform. Ja, ein Film von und mit King Charles, ja, über Ufos. Hammer. Ja, und dann wird er auch noch eine Weihnachtsansprache aufnehmen. Und das müsste jetzt auch in diesen Tagen sein. Man sagt, dass die Aufnahme auch am 12. Dezember ist, ja, und dann eben zu Weihnachten am 24. oder 25. Dezember dann eben im Fernsehen gezeigt werden können. Und dann gibt es auch Meldungen, dass er sich auch mit vielen arabischen Führern eben auch trifft. Hinter der Bühne, jetzt vor allen Dingen bei diesem Gipfel, ja, bei diesem Klimagipfel COP28. Gibt es ein 18. Nachhaltigkeitsziel? Ja, wir wissen, es gibt 17 Ziele, aber gibt es auch ein 18. Schauen wir mal. Ja, im Jahre 2020, da war doch was. Ja, wir erinnern uns. Ja, die Straßen waren leer und es gab Lockdown und diese Geschichten. Ja, und in diesem Jahr 2020 kündigte er, also Prince Charles bzw. König Charles dann kündigt einen 10-Jahres-Plan an, ja. Ja, und nun haben wir 2023. Jetzt sind es also nur noch sieben Jahre. Ja, dieser Vertrag beschreibt eben diesen Great Reset, den ja auch Klaus Schwab, der Gründer vom World Economic Forum, eben in seinem Buch The Great Reset genannt hat. Ja, dass die Menschheit jetzt eben eine schmale Gelegenheit hat, das alles neu zu gestalten, ja, eine gesündere, gerechtere und wohlhabendere Zukunft und so weiter. Aber wir wissen ja, was damit gemeint ist, ne, die totale Kontrolle über die Menschheit The Great Reset. Ja, und alles scheint jetzt wieder normal zu laufen, ja, also der Alltag ist wieder eingekehrt, aber schauen wir mal, wie lange das ist, ja. Ja, also die Welt sieht aus, als wäre alles wieder normal, ja. Die aßen und sie tranken, das kennen wir doch aus der Bibel, sie aßen und sie tranken, ja, sie heirateten und verheirateten, ja. Und so wird es eben sein, wie in den Zeiten Noas, so schreibt es die Bibel. Ja, ein kurzer Schritt, Frieden wird kommen, jetzt auf dem Gipfel, Kopf 28, für das erste Mal überhaupt, so sagen diese Kinder hier, schauen wir mal. Frieden und Sicherheit, das allererste Mal auf dieser Erde, ja, das wünschen wir uns ja alle, aber wir lesen eben in 1. Thessalonicher 5, 3, Ja, es ist wie damals in Babel, ja, wo sich die Menschen eben einen Turm bauten wollten, sie wollten sich, ja, sie wollten zum Himmel emporsteigen, ja, um ihres Namens wegen, ja, auch das sehen wir heute wieder in Dubai, jetzt hier, wo dieser Kongress stattfindet, der Klimagipfel, ja, das höchste Gebäude der Welt sehen wir hier. Der Mensch will hoch hinaus, er will in den Himmel, ja, er möchte sich einen Thron bauen im Himmel, so wie der Teufel, das er auch wollte, ja, und dann kam eben der große Fall, das lesen wir in Genesis, ne, im ersten Buch Mose. Ja, auch hier nochmal das Statement der Vereinten Nationen hier, jetzt zum Klimagipfel, Klima und Frieden und Sicherheit. Ja, kommen wir jetzt nochmal zum Papst zurück, ja, und er hat hier eine Laudate Deum verfasst, ja, für alle Menschen des guten Willens, ja, in der Klimakrise. Und ja, das ist eben eine neue Laudate, ja, auch zum EU-Grünen, zur grünen Transformation. Kommen wir mal. Laudate Deum ist ein apostolisches Schreiben von Papst Franziskus und führt die Enzyklika Laudato Si fort. In seiner Schrift ruft Franziskus zu einem konsequenten Handeln in der Klimakrise auf und wendet sich gegen die Leugnung des Klimawandels. Das Schreiben wurde am 4. Oktober 1923 dem Fest des Heiligen Franz von Assisi, oje, oje, da könnte man viel zu sagen, unterzeichnet und in arabischer, deutscher, englischer, französischer, italienischer, polnischer, portugiesischer und spanischer Sprache veröffentlicht. Der Termin wurde im Hinblick auf die UN-Klimakonferenz in Dubai 2023 gewählt, seht ihr, die vom 30. November bis 12. Dezember 2023 stattfindet. Ja, der Klimaprophet heißt es auch aus dem Vatikan, viele nennen ihn den falschen Propheten aus der Offenbarung 13. Ja, wie gesagt, es gibt eben viele Kandidaten, ja, er wäre dann der König, das sind ja zwei Tiere, manche sagen eben hier, Prinz Charles ist eben das erste Tier, der König eben, dieser König der zehn Königreiche, ja, ja, der falsche Prophet, Fragezeichen. Ja, und das war schon 2021, die Laudato Si, ja, auch da eben, dass wir eben Sorge tragen um unsere Umwelt und unsere Erde. Ja, und während dieses Klimagipfels, da gibt es geleitet von King Charles auch noch ein Business und Philanthropen Klimaforum zusätzlich, also da geht es um Business, ja, und wenn wir uns das mal auf der Seite dazu ansehen. Ja, sehr interessant gestaltete Webseite hier, ja, for nature, people and planet, ja, also für die Natur, den Menschen und den Planeten. Nirgends hört man was von Gott oder sowas, ja, gar nichts, von Jesus schon gar nicht, ja, schauen wir uns das mal hier an. Ja, ja, das ist sein Ziel, sein Siegel dazu, also, es geht hier um Business innerhalb dieser ganzen Klimageschichte. So, was ist denn jetzt Inhalt dieses Businessplans? Ja, die Digitalisierung, ja, Telekom und Technologie und Milliarden für diese Transformation, also Geld. Geld, es geht hier um Geldtransfer, ja, in diese ganze Geschichte. Stärkung der Widerstandsfähigkeit von Städten, also 15-Minuten-Städte. Sustainable Cities, nachhaltige Städte, diese C40-Cities, da habe ich auch schon mal einen Film drüber gemacht, ja. Immer mehr Städte schließen sich diesem Konzept an, ja, also diese 15-Minuten-Städte. Sie werden kommen in der Drangsal, auf jeden Fall. Ja, also, König Charles spielt also hier doch eine größere Rolle, ja, und das sehen wir eben. So, weiter geht's. Wer spielt noch eine Rolle? Ach ja, er. Ja, ihn kennen wir, ja, im Zusammenhang mit Gesundheit und Spritzen und so. Ja, aber er möchte hier jetzt auch, ja, bei der Global Warming, da will er jetzt auch mitmischen, ja, also auf diesem Treffen jetzt, dem Gipfel. Ja, nochmal zurück zu ihm hier, ja, er ist auch bei Nahrungsmitteln, ist ja auch ganz weit vorne mit dabei, ja. Ja, und, ähm, das erinnert so an das schwarze Pferd, ja, aus der Offenbarung, ja, die Leute werden hungern, sie werden nichts zu essen haben, auch das, ne, das soll alles kontrolliert werden, ne. Ja, und ihr wisst ja, ähm, ähm, wir sollen ja nicht mehr essen, was irgendwie, äh, CO2 zu viel produziert, also leckere Insekten und, äh, ja, Laborgewachsenes sollen wir schön essen. Genau, ja, also hier nochmal das, äh, Abkommen von 2015, das Pariser Abkommen, hier sehen wir sie nochmal, ja, wie sie alle schon diesen Bund geschlossen haben, aber der wird jetzt nochmal gefestigt für sieben Jahre eben, am, ja, 12. Dezember, die Frage, ja, hier sehen wir mal das Logo dieses COP28. Ja, das sind die Säulen eben dieses Pariser Abkommens eben gewesen, ja. Fast Tracking, die Energy Transition, also die, ähm, Transformation der Energiebeschaffung, ähm, Emissionen, ja, also die Emissionen zurückzufahren bis 2030 natürlich und was noch, transformieren, ähm, ja, die, äh, die, ähm, Finanzierung eben, ja, dieses ganzen, diese, ja, ja, Multimilliardengeschäftes, ja. Ja, einen neuen Deal, ja, ja, für sieben Jahre hier auf die Finanzen, das soll mit dabei sein. Ja, also, man will hier Natur, Menschen und Lifelighthoods, also, ja, das, das, das Leben an sich, ähm, also quasi zum, zum Herz dieser Klimaaktion machen. Ja, ja, und, äh, das Ganze, um eben niemanden zurückzulassen, ja, das kennen wir ja, ne, aus der Bibel, ja, bei der Rapture, naja, schauen wir mal, wer zurückbleibt hier, ne. Ja, ja, jeder hat das anzunehmen, ja, alles, ja, alles und wird es vielleicht weitere Pandemien geben, aber was es auf jeden Fall geben wird, natürlich digitale ID und die Central Bank Digital Currencies, Zentralbank gilt digital, das wird kommen. Ja, ja, hier nochmal die, ähm, Sustainable Development Goals, die Nachhaltigkeitsentwicklungsziele, 17 an der Zahl, ja, 13 Climate Action, ja, das allsehende Auge, hier, innerhalb der 17 UN-Ziele, ja, Smart heißt es ja immer, ja, Sustainable, also, äh, Monitoring, Accessing, Rating, Tracking, ja, darum geht es tatsächlich hier bei diesem Smart, das hat nichts mit Schlau zu tun, ja, 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 nochmal die Goals hier, und, ähm, sie müssen eigentlich umbenannt werden in Sudden Destruction Goals, also plötzliche Vernichtungsziele, ja, so müsste man sie umbenennen eigentlich, ja, auch hier nochmal, ähm, ja, dann hier eine Übersicht der, äh, Tage hier bei den, bei diesem Gipfel, ne, November, 30. November war Eröffnungstag, ähm, ja, World Climate Action Summit, ihr könnt das nachlesen hier selber, ich gehe da schnell durch, Gender geht's hier auch, ne, Gendergleichheit, ne, alles, all das Programm, Energie, Transport, ne, 15 Minuten statt und so, ja, ja, äh, Day of Rest, ein Sabbat-Tag, der siebte Tag hier, ne, ja, um Kinder geht's halt, äh, Jugend, Kinder und es geht um Bildung, ne, Ausbildung, na klar, Natur, Land, Ozeane, eben Jahre, 70 Mandate, 10. Dezember, da geht's um, äh, Agrikultur, Wasser, ja, Wasser soll ja auch rationiert werden, ja, und am 11. und 12. dann die letzten Verhandlungen und dann am 12. Dezember soll es dann eben zum, zur Unterzeichnung kommen, dieses, ja, Bundes mit vielen, also, ja, nebenbei gibt es dann eben noch, äh, ein Treffen der Geistlichen, alle Religionen, ja, auch bis hin zum Katholizismus, ja, was ja eigentlich wenig zu tun hat mit dem Christentum eigentlich, ne, mit Jesus, aber das Fass möchte ich hier nicht öffnen, aber auch die hier haben sich vorher alle getroffen, ne, die Vertreter der Weltreligion, ne, das gehört natürlich auch mit dazu, ne, soll ja alles unter einem Dach. Ja, Mutter Erde, ja, das Ganze soll die Mutter Erde Religion pushen, das sieht man ganz klar hier, ja, Mutter Erde, Gaia steht im Vordergrund, hier mal so eine Grafik auch, äh, für diese Mutter Gaia aus Wikipedia, ja, das sehen wir, ja, ist, äh, 700 Seiten Vertrag ist das hier am 12. Dezember, der da unterschrieben werden soll, ja. Auch hier nochmal ein Bild, ja, hier geht's, sieht man nochmal ganz klar, es geht um 20, 30. Ja, so soll dann die Energiebeschaffung aussehen, das kennen wir hier aus unserer wunderschönen Bundesrepublik Deutschland, ja, ne, keine, keine Felder mehr, dafür alles verbaut hier mit Solaranlagen und natürlich auch mit den Windmühlen, ja, wunderbar. Ja, du wirst nichts besitzen und wirst glücklich sein, so kommt es aus dem World Economic Forum, ja, dazu gab es ja ein Video auch, ja, du wirst nichts besitzen und glücklich sein, das gilt auch für die Weihnachtszeit natürlich, ne, lieber Santa Claus. Ja, dann gibt es noch Mr. Trump, auch er wird ja gehandelt als ein möglicher Kandidat hier für das Tier oder den Antichristen, ja, also er hat das abgelehnt mit, er hat den Pariser Vertrag für die USA beendet damals in seiner Amtszeit, hat das den globalen Kommunismus genannt, ja, aber, tja, Sleepy hat den wieder eingesetzt, ja, den, so dass die USA wieder dabei sind, ja, Build Back Better ist sein Motto und wenn wir das B ein bisschen anders schreiben, dann sehen wir, worum es da gehen könnte, nicht wahr, Build Back Better. Ja, das ist das gegenteilige Millennium, weil so wie es in der Bibel steht, ja, was kommen wird, wo Jesus Christus von Jerusalem aus regieren wird, ja, aber der Teufel dreht halt alles um, aber es gilt alles hier für die Drangsalzzeit, ja, die Menschheit könne das Wetter bestimmen sogar, ja, also ein umgekehrtes Millennium vom Teufel. Ja, das Ganze, ne, die Kontrolle über deine, geht von deiner Bundesregierung oder von deiner Regierung aus, Staatsregierung, ja, bis zum lokalen Bürgermeister runter und auch weiter bis in die Kindergärten geht das rein, das Ganze, ne, Schema, ja. Die bestätigen und stärken den Bund hier, ja, weil das kann auch bedeuten, dass sie nicht nur einen Bund schließen, sondern auch bestätigen oder stärken, weil, ne, seit 2015 gibt es ja dieses Klimaabkommen, das Pariser Klimaabkommen und das wird jetzt nochmal gestärkt, ja, weil in den Übersetzungen kann das auch heißen, dass er, der Antichrist, einen Bund stärken wird für sieben Jahre, also für eine Woche, ja, eine Jahrwoche. Ja, Vorbereitung, ähm, sie planen weitere große Ereignisse, zum Beispiel hier Vorbereitung auf weitere Plandemien, da habe ich auch schon Filme drüber gemacht, ne. Ja, Armut und Hunger wollen sie beenden, haha, lol, ne, aber das ist halt offiziell. Wir wissen aber, der Reiter auf dem schwarzen Pferd, der bringt eben Hunger, ähm, ja, und beziehungsweise der auf dem fahlen, grünen Pferd, und der bringt dann den Tod, ja. Ja, Prince of Wales damals, äh, hat ein Buch geschrieben, Harmony, The New Way of Living at Our World, ja, ähm, manche sagen, naja, also ich will hier nichts vergleichen oder so, aber er hat so ein grünes Buch geschrieben halt, ne, wie er sich das so vorstellt, der vielleicht möglicherweise König, Haltelkönig hier auf Erden. Ja, er, äh, er hat hier ein paar Siegel zu diesem ganzen Thema mal enthüllt, ja, King of the Universe, sehen wir hier, ja, ja. Er erklärt hier die Astra-Karte und dann auch noch die Terra-Karte, also das, ne, um die Erde, und das hier nochmal die Astra-Karte, ja, Peace and Security, wenn sie nämlich sagen, wir in Frieden und Sicherheit, dann kommt das plötzliche Verderben über sie. Ja, und, äh, dazu braucht es eben dieses Mahlzeichen des Tieres, ja, ihr wisst ja, Offenbarung 13, ja, man wird ein Mahlzeichen haben müssen, um einzukaufen zu können oder verkaufen zu können, ja, auf der rechten Hand oder auf der Stirn, ja, wird das jetzt möglicherweise in den Körper hineingebracht als Chip und zum Beispiel Neuralink, ja, und alles, was wir jetzt, äh, derzeit auf den Smartphones machen, soll binnen vier Jahren, äh, in einem Chip unter die Haut kommen, ne, auch das ist schon alles geplant, ja. Ja, und wenn du eben das alles nicht mitmachst, kannst du nicht funktionieren in dieser Gesellschaft, du kannst also nicht kaufen oder verkaufen, ne, Mahlzeichen. Ja, das ist das verdrehte Millennium, die tausend Jahre, die verkehrten tausend, die eben tatsächlich nur sieben Jahre sind, aber eben die Menschheit, das wird eben für die Menschheit hier eben der Zorn Gottes, ja, und eigentlich nicht zu überleben, sei denn, man nimmt Jesus Christus an in der Drangsaal, ja, also nachdem wir entrückt sind, ja, die jetzt noch Jesus angenommen haben, nach der Entrückung kann man auch noch zu Jesus finden, ja, aber eben dann wird man enthauptet, ja, weil man das Mahlzeichen nicht annimmt um seiner wegen willen, ja, um Jesus willen nicht. Ja, hier nochmal die Agenda 2030, die 17 Ziele, das ist inzwischen eben auch auf einigen Handys, beziehungsweise Smartphones, ja, Samsung macht damit Werbung, schaut her, ne, da gibt es schon eine App für, ja, Samsung Global Goals, na, herzlichen Glückwunsch, na. 15-Minuten-Stätte nochmal hier auch, ne, ja, bleib in deiner Zone, ne, in deiner, ja, in deiner auserwählten 15-Minuten-Zone und da kommst du dann auch nicht raus. Ähnliches sehen wir ja schon oder haben wir gesehen in China, während der Kokolores-Lockdowns, ja, überall Zäune und kein Durchkommen, außer mit Genehmigung. Oh ja, ähm, ja, er grinst dabei, ja, ähm, the next pandemic is coming, heißt es, und sie wollen die DNA eben verändern, ja, oder es wird uns eingeredet, man könnte die DNA eben verändern, sodass man ewig lebt. Ewig leben tut man tatsächlich, wenn man Jesus Christus annimmt, ja, und nur dann, ne, in dieser Welt wird das Ganze ins Verderben. Ja, und es ist tatsächlich so, in Offenbarung 9, 6 lesen wir in diesen Tagen, in dieser Drangsal, ja, und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden und sie werden begehren zu sterben und der Tod wird von ihnen fliehen. Es wird so schlimm sein, dass die Menschen sterben wollen und können es nicht, weil sie Gott nicht angenommen haben, weil sie Jesus nicht angenommen haben, die glauben nicht an einen Schöpfer und, ja, aufgrund dessen, ja, sie wollen sterben. Es geht aber nicht. Ja, Jerusalem, Israel, ganz wichtig eben auch hier, ne, mit dem Tempel, auch Damaskus natürlich, ne, Damaskus wird keine Stadt mehr sein, Jesaja 17, 1, ja, Ezekiel 38, 39, Gok Magok, ja, auch hier die, äh, die, äh, die Iran, im Iran, die, ähm, Nuklearanlagen, ne, sind auch noch gefährdet und diese Geschichten, das gehört ja zum Ezekiel 38, 39 Gok Magok-Komplex. Ja, und hier haben wir nochmal das Logo von COP28, aktuell jetzt hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Bauen wir nochmal auf das Logo, ja, oben haben wir die Sonne, der Sonnengott, ja, oben leicht rechts und in der Mitte haben wir auch etwas, nämlich ein Tempel, eine Frau, ja, die Mutter Erde, ja, als Göttin sozusagen ein Tempel und als Göttin eben Mutter Erde und rechts unten das fahle Pferd, also das grün fahle Pferd, ja, das steht für den Tod, ja. Hier sehen wir nochmal auf dem Tempel, der wird neu errichtet eben für den falschen Messias, für den Antichristen, ja. Und hier nochmal eben zu sehen, der Tod das fahle Pferd. Ja, liebe Zuschauer, jetzt ist noch die Zeit umzukehren. Wie gesagt, wartet nicht zu lange, umkehren heißt eben, sich Gott wieder zuzuwenden, erkennen, dass man eben Sünder ist, vor Gott eben nicht bestehen kann, ja, mit Lügen und mit allem Möglichen, auch wenn wir meinen, wir seien gut, ja, wir müssen unser Herz wieder ausrichten auf Gott und Jesus Christus ist gestorben für uns alle. Wenn wir das daran glauben, dann sind wir zum ewigen Leben auch durchgerungen, ja, und dann wird uns Jesus auch mitnehmen, hinwegnehmen, hapazo, ja, entrücken. Ja, ich wünsche euch jetzt soweit alles Gute. Bis bald. Maranatha. Janata. Untertitelung des ZDF, 2020